herzlich willkommen zu 127 folge 2 die sind hier immer noch die fleißigen wienchen sind immer noch am weg arbeiten wir bräuchten von den Licht, Drogen, Öfen noch ein paar wir brauchen von den Teilen noch ein paar die passen runden aber das blinken von den lasertürm wird tatsächlich weniger ja wir haben halt das massive problem mit batterien körper und eisen packen sie das haben sie gepackt da kommt das nächste das kriegen sie so hin nur wenn sie halt so komisch und oben kommen hier bauen wir jetzt aber nicht mal weiter erstmal wir müssen theoretisch deutlich mehr kohle verbrauchen das kohle fährt die musik dann müssen wir theoretisch auch nochmal gucken dass wir da was bauen die haben wir gebaut die haben wir gebaut die haben wir gebaut abgeholt 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 die 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 so 160 davon also 160 mal und den bräuchten wir tatsächlich noch ich bin theoretisch Ich mach mal ein paar Merge-Module. So, 30 sind da wieder fertig. 33 brauchen wir noch. Wir brauchen 190 mal Dieselarm. Das heißt, wir machen jetzt Kämpfer-Module. So, da bin ich 4. So, jetzt kommen die Merge-Module. 1,48. 1. Ach so, jetzt haben wir die ja nicht. Und können wir dann die Merge-Module reinpacken. Da könnte man nämlich Lisa dort mit dazugeben. Weil wir haben hier massiv viele von denen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier jetzt mal drüber gesetzt bekommen. Das ist darüber, dann können Sie mich da nämlich nochmal hinsetzen und da nochmal hinsetzen, dann ist nämlich das Ding erledigt. Dann könnten wir uns hiervon vielleicht mal wieder Blumen ziehen. So, wir haben jetzt noch 216. 216. Vielen Dank. Und den dann jetzt erstmal ganz kurz ausmachen. Boah. Boah. Die laufen dann einfach lang und dann ist das. So, jetzt kommt nämlich da die nächste Welle, da kommt die nächste Welle. Und die kommen nämlich halt immer genau auf diese Kanten. Und dann gerade mit den grünen Viechern. Und dann kommt die nächste Welle. Ja, das ist jetzt hier natürlich blöd gelaufen. So, jetzt haben wir mal den Scheiß mal einmal. So, jetzt kommt die Kanten. So, jetzt kommt die Kanten. So, das Ziel ist dadurch nicht erreichbar. Wenn wir jetzt natürlich... Natürlich nicht. War ich das so? Ah. Verdammt. Weg ist er. So, hier wollte ich mit Stahl machen, ne? Alles klar. Und jetzt kommt die Kanten. So. Also geht's das auch mal. Jetzt kommt die Kanten zur Kanten. Ich habe keine Angst. Da müssen wir aber schnell sein. Der ist mir zuerst mal egal. Ich habe keine Angst. Vielen Dank. 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 Hey, das kann doch ich nicht wahr sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Züge kaputt gemacht. Ich glaube ich darf gar nicht mehr den Helikopter verlassen. Ich glaube ich würde nicht mehr den Helikopter verlassen. Und dann wird die Schwerbe mit dem Schwerbe. 180 die stelle zu schmelze das ist in ordnung Schmelze, Koks, Apropos und Koks, volles Frachtdemental, Schmelze, Stahl, Anlieb und Koks. Hier ist Frachtdemental, tschüss. So, und hier unten kommen jetzt noch mal Schmelzen. Dicke Schmelzen. Richtig dicke Schmelzen. Das funktioniert wunderbar. Okay. Halt. I. Schönes Abdeckungsmanöver. Schönes Abdeckungsmanöver. Schönes Abdeckungsmanöver. Schönes Abdeckungsmanöver. Feiler? Feiler war nicht mehr. Kann ich aber nicht mehr planen. Schönes Abdeckungsmanöver. 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 Nee, echt jetzt? Schönes Abdeckungsmanöver. Schönes Abdeckungsmanöver. Schönes Abdeckungsmanöver. Schönes Abdeckungsmanöver. Schönes Abdeckungsmanöver. Schönes Abdeckungsmanöver. So. Der war nicht ganz schön. Ich mach diese Viecher bald alle platt. Ich weiß nicht, ob ich blaue Dinger habe. Ich bomb Artillerie bis zum Neuchhundegger. Ich bomb euch alle ins Nirvana. Das wird auf den Ring der Nacht sehen. So Puuksumot. Aber wir sind currently in einer Wohnung. up- Ich muss das einfach wissen. Ich habe diesen Händen und eröffnet. Ich habe hier Unaufdinner Field. Ich hatte einen Händen und eröffnet. Ich habe hier einen Jagdpann. Ich habe einen Händen und ich verrunde das Flosflugium in die Welt. Ich habe mich heute wieder aus. Ich habe mich jetzt ein Händen, dass ich hier eine Art Träume war, um ihn zu mir kurz durchführen. Ich habe mich heute wieder vorgesehen. Das ist ein Händen. Ich habe es hier sehr viel über den Händen. wird sich der war nicht so schnell lehrladen älter ist auch nicht naja egal mit der ersten schule so wir haben hier vorne auch noch irgendwo leben gehabt da fehlt nämlich auch noch einer das war kann ich mir auch da was Boah! Keine Schlempfe. Achso, ja. Und vorne natürlich. Und wieder runter. Und wieder runter. Und wieder runter. Und wieder runter. Ja. ganz schön abgenommen ab 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.